Einen Kamin verbinden wir mit Wärme, mit Gemütlichkeit. Mit einem Moment der Ruhe, mit einem Moment, den wir genießen. Ein guter Kamin braucht viel Zeit zu seiner Herstellung und besonders gute Materialien. Stahl als ein Hauptbestandteil unserer Feuerstätten erlaubt uns eine flexible Fertigung und so die Produktvielfalt, die unsere Kunden wünschen. Ein guter Kamin braucht zu seiner Herstellung viele Hände, die mit anpacken. Profis, die ihr Handwerk verstehen. Maßarbeit und ein gutes Auge sind auch bei der Fertigung der Kachelelemente gefragt. Die bereits bei uns im Werk erfolgt und die den Kaminaufbau bei Ihnen zu Hause auf meist nur zwei Arbeitstage verkürzt. Nur ein sehr guter Kamin hält vom ersten Entwurf über umfangreiche Tests bis zum letzten prüfenden Blick dem hohen Qualitätsanspruch stand, der für unsere Mitarbeiter eine Selbstverständlichkeit ist. Nur ein sehr guter Kamin, der den Namen HAARC auch verdient, bekommt seinen Platz in unserem großen Lager. Damit Sie den Kamin finden, der zu Ihnen passt. Vertrauen Sie der einzigartigen Verbindung von Design und höchster Qualität. Vertrauen Sie dem Namen HAARC.